so also rein theoretisch müssen wir die hier schicken doch diese art von magie ist keine positive kraft soll ich mit der falle hier oder hier anfangen wir müssen uns die urlaub macht einfach super als allererstes mal was anderes da wir in fünf wellen haben macht macht wie du möchtest wird schon passen aber genau das ist auf jeden fall wichtig das gut die feinde bereiten sich darauf vor eines unserer tore aufzubrechen das tor ist zerstört die sind gleich zu stein geworden frech ich sterbe einfach schon perfekt alles gestorben alles gut ich kann es mich für ganze zeit auch wieder ein bisschen zu töten hat sonst auch wieder durch zack 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 auf der schrägen kill ist irgendwie voll öde Oh, da hat es mich erwischt. Oh oh, ich brauch dich ja, oder? Ja, du schießt uns doch instant, alles gut. Ich weiß. Dann brauch ich dich hier. So, perfekt. Und schon respawn, genau. Schon spawnen hier bei der anderen Tür. Ich mach mal hier stecken, ich will das Ding weiter machen. Perfekt, die komm ich durch. Das ist was wichtig, dass die kleinen Kackviecher nicht durchkommen. Oh, weißt du was da kam? Was denn? Ein Knolljäger, mehr nett. Nice. Da kommt noch eine übrigens. Und wir gestorben. Ich hab, ich muss mich dran gewöhnen. Nicht schön weiter. Schön weiter in die Suppe springen. Ey, 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 ey. Du hast übrigens einen durchgelassen. Ja, ich weiß, du, ich dachte, du wüsste eh da. Ja, bin ich. Ich hab mal so hundertprozentige Vertrauensbasis gemacht, weißt du? Sehr gut. Eine Barrikade wird angegriffen. Eine Barrikade wird angegriffen. Was ist die Barrikade schon? Ja, die... Die... Arm schützen halt. Okay, muss ich zugeben, dass wir gerade tatsächlich relativ stressig jetzt hier. Kann dieser Kuschelknoll hier gehen? Danke. Boah, ich hab den genau eingedings hier versteinert, als der sich gerade angreifen wollte. Ich werde dieser Kreatur nicht nachtrauen. Wer ist jetzt der Meister? Bei meiner Wolke. Von meiner Wolke. Ha, 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 ha. Eikaramba, man. So. Fack, das schaff' ich niemals zu verkaufen. Sehr gut. Ok, gegen... Gnollige enttöp'n? Hallo, mein Freund. Wuts, da ruts. Ich werde mal direkt hier oben. Hier kommen mich gerade die ganzen Zyklopen-Magier. Von Zyklopen-Magier? Ja. Oh mein Gott, macht der Damage. Okay, ich wurde gerade getuertet. Alles klar. Perfekt, den kann ich einsteinern. Ich habe ihn nicht getroffen, zumindest. Man, in die Rücken schießt uns bei denen echt doof. Oh, ein Berg-Troll. Moin. Jetzt schon. Hallo. Oh, das wird richtig hart. Ach, alles entspannt. Ja, das größte Problem des ganzen Playthroughs wird dann, dass das mit der Zeit nicht genau bei den meisten von Maps. Fuck, das kommt ja auch noch dazu. Und zwar gestern. Ja, dürfen wir den Punkt verlieren, noch Zeit verlieren. Eigentlich dürfen wir gar keinen Fehler haben. Mhm. Also ein Klassiker eigentlich. Und weitere Feinde fordert sein Tribut. Nein, nicht hinlegen. In hinten. Hier den Netz zerplatzen lassen. Perfekt. Ich brauche dich hier im Winter ein bisschen. Ich habe hier so ein paar fiese Mops. Ja, ich habe jetzt zwei Feuer, Teufel, Magie. Das war eine Herausforderung. Aua. Jetzt ist komisch und kack, Fernkepp. Ach Gott. Ich kann einfach mal kurz zum Platz. Das ist schlecht, weil wir hier stehen und die da reinschießen. Oh ja. Ich gehe mal ganz kurz raus, aber ich versuche es zumindest. So. Alter, die Fernkämpfer. Alter, diese Magier, ne? Die hauen einen so krass kaputt. Das ist echt heftig. Was ist hier passiert? Das ist mir aufgefallen. Ey, was schreibt mir jetzt ganz was? Äh, WhatsApp, please. WhatsApp? Ja. Ich habe die ganze Zeit angeschrieben. Sind die größer geworden? Was? Mann, waren wir nicht mal so ewig klein. Hätten wir jetzt auch. Na, die Kanonen. Guck mal an die Decke. Das war doch mal immer so ein Viertel nur. Oh ja, stimmt. Was wird jetzt nur so? Ja, die haben auf jeden Fall einen Riesen-Balance-Patch. Glaubst du, dass das stimmt? Ne, die haben die größer gemacht. Ich habe immer zwei in eine Reihe gepasst. Jetzt passt hier, weil es nur noch einer rein. So. Mein Gott, es ist doch mal gut, WhatsApp. Jetzt mal im Ernst. Ich weiß, ich habe jeden Chat und jede Gruppe Stimmung geschaltet. Trotzdem kommen die da alle um die Ecke gerade, Mann. Nunke. Spare. Ich warte, bis die Mädels auftauchen, sagte er, während er gerade 1.000 Teile zu platz ist. Tja, ärgerlich. Panzer-Taroga bei mir. Geht's oder brauchst du Hilfe? Ja, die sind halt jetzt nur in der Base. Also da, du weißt ja, am Verteidigungstrakt. Trakt vor allem. Zum Beispiel ein Knast hier. Ist doch so. Das ist deren Todestrakt. Oder nicht? Meine Fresse ist... Also, ich muss mal ganz was hier. Ich muss mich ausruhen. Ich gehe mal ganz was, die Feindkämpfer pushen. Und dann habe ich ein Schwert in den Rücken bekommen. Au. Eine Minute haben wir noch. Waffen wir, oder? Müssten wir eigentlich. Kann ich hier nicht irgendwo. Erstmal ist zu weit weg. Ach du lieber hin. So. Jetzt ist es gekund. Dieser Bergtreu finde ich halt halt so unnormal viel aus. Waffen wir aber vor. So. Ja, komm. Geht doch. Aber 30 Sekunden war schon knapp. Aber auch das haben wir geschafft. Uuuuui. Haben nur 20 vor 12. Ich lese